ja herzlich willkommen zu einer kleinen sonderfolge heute soll es mal um das dba im speziellen gehen also ums double bus array und ja da gibt es einen kleinen schönen artikel von nubert der wurde 2005 veröffentlicht den link dazu werde ich unter dem video mal verlinkt dann könnt ihr euch das auch noch mal in ruhe anschauen beziehungsweise halt auch hier im video genau wir fangen einfach mal vorne an thema also kompensation von raum moden mittels einer doppelten subwoofer anordnung also dem dba dem double bus array die problemstellung zwischen zwei parallelen wänden eines abhör raumes kommt es bei derjenigen frequenz deren wellenlänge doppelt so groß ist wie der abstand der parallelen wände zueinander zur entstehung einer stehenden welle diese auch als grund mode bezeichnete stehende welle berechnet sich das ist jetzt hier mal als formel angegeben f1 in dem fall c durch zwei mal die raumlänge und in dem fall ist c sind 340 meter pro sekunde also schallgeschwindigkeit und l ist in dem fall der wandabstand ja und weitere stehende wellen also moden und die vielfachen davon entstehen bei ganz zähligen vielfachen der grund mode das ist in dem fall also dann f2 eben zweimal f1 f3 dreimal f1 und so weiter wird der raum bei diesen frequenzen durch einen lautsprecher mit entsprechend tief hinabreichender unterer grenzfrequenz zum beispiel mit einem subwoofer angeregt kommt es bei den moden zu sehr starken überhöhungen im frequenzgang kann das hier schön in der zeichnung auch sehen bzw hier im diagramm ich lese das mal kurz vor also messung des tiefton frequenz gang ist im abhörraum mit zwei an der frontseite aufgestellten aw 1000 subwoofer das waren zwei ziemlich große subwoofer die nur weit mal im programm hatte die also hier an der frontwand aufgestellt worden sind die aufgrund der raumlänge von sechs metern entstehenden moden bei 28 hertz und 56 hertz sind deutlich erkennbar kann es auch dem diagramm sehen also hier bilden sich halt diese diese erhöhungen aus und wie gesagt genau bei diesen oben nach der formel berechneten entsprechenden frequenzen also eben die 28 hertz und dann die nächste ist die vielfache die 56 hertz und ich sag mal die 56 hertz zum beispiel das ist dann so ein bereich der auch in musik oder in bestimmten stücken halt zum dröhnen führt oder bei filmwiedergabe da ist das natürlich manchmal gewünscht aber manchmal kann das halt auch extrem sein weil die weil die erhöhungen sehr laut sein können im vergleich zu anderen frequenzen so und dann sieht man unten halt einmal diesen rechteckigen raum das sofa ist etwas weit hinter der mitte zwei satellitenlautsprecher also zwei normale kompakt boxen oder standboxen sind da noch eingezeichnet und dann eben die beiden subwoofer die wirklich genau an der vorderwand stehen und dann wird hier auch noch mal beschrieben ausbildung der raum moden zwischen zwei parallelen wenn also beziehen uns jetzt in diesem beispiel wirklich nur auf die längs moden die also längst längst durch diesen raum laufen so und dann geht es hier im zweiten teil weiter jetzt haben wir also hier die kompensation der raum moden wie schon gesagt in längs richtung die längs richtung eines raumes auftretenden moden können durch weitere an der rückwand des raumes aufgestellte subwoofer kompensiert werden das haben wir wieder das bild und hier sind jetzt eben hinten direkt an der rückwand noch mal zwei weitere subwoofer eingezeichnet so und jetzt geht es ein bisschen so ins detail ins technische detail die hinteren subwoofer erhalten dasselbe signal wie die vorderen allerdings wird es um die zeit verzögert die der schall benötigt um die distanz der raumlänge zurückzulegen bei einer länge des raumes von sechs metern sind das sind in diesem fall t gleich sechs meter mal die zeit also und dann geteilt durch die durch die schallgeschwindigkeit in metern werden in diesem fall 0,0 176 sekunden also 17,6 millisekunden so lange braucht im prinzip das bass signal bis es hinten ankommt und diese formel kann man eben dann beliebig anwenden je nachdem wie wie lang eben der raum ist beziehungsweise wie lang geht es die also die längs richtung ist wenn man so ein dba für für die querseite aufstellen würde entsprechend also man kann dba natürlich auch für mehrere seiten aufstellen geht natürlich nicht für die für die wände nach oben außer man bringt eben subwoofer an der decke auch noch an so entsprechend lassen sich diese ganzen sachen also immer also die die meter zahlen lassen sich austauschen so des weiteren werden die hinteren subwoofer invertiert also verpolt angeschlossen damit sich diese inverse zu den vorderen subwoofern verhalten funktionen die von den vorderen subwoofern abgestrahlte schallwelle wandert in richtung der hinteren subwoofer wenn diese welle hinten angekommen ist bei sechs metern raumlänge also eben nach diesen 17,1 millisekunden dann wird dieselbe schallwelle durch die verpolten hinteren subwoofer invers abgestrahlt so dass eine kompensation der vorderen welle erfolgt die von vorne kommende schallwelle wird nicht mehr an der hinteren raumwand reflektiert so dass ich keine stehende welle in diese richtung des raumes ausbilden können keine stehenden wellen man kann auch sagen die hintere raumwand die verschwindet scheinbar das heißt sie ist im prinzip weg also diese beiden hinteren subwoofer die saugen das im prinzip auf kann man so sagen dadurch dass sie verpolt angeschlossen sind bewegt sich auch die membran in die andere richtung und dann ist das so als ob diese ankommende welle könnte es auch als wasserwelle bezeichnen die würde dann nicht mehr gegen die wand klatschen sondern die ist dann halt weg die läuft dann aus die ist sozusagen verschwunden und ja das lässt sich hier und natürlich jetzt auch auf der grafik schön sehen hier ist es nämlich jetzt das aktiviert das dba messung des tieftonfrequenz ganges im abhörraum vorderen hinteren subwoofer aktiv die moden und die dazwischen liegenden auslöschungen werden kompensiert und das ist eigentlich das geniale also auf der einen seite gehen die überhöhungen weg die wir eben bei 28 und 56 hertz hatten die sind hier weg und das sind das sind unfassbare pegelspitzen die dann einfach vollkommen verschwinden die sich durch keinen passiven ja durch irgendwelche passiven dem materialien oder so überhaupt nicht bei diesen tiefen frequenzen ausgleichen lassen und durch diese methode sind die weg und das schöne ist dass sich auch die auslöschungen kompensieren zum großen teil also man schlägt im prinzip mehrere fliegen mit einer klatsche das ist ja in der form also gibt es eigentlich keine bessere methode wie man den bass im raum verbessern kann und genau dann kommen wir jetzt mal hier zur realisierung des ganzen da hat sich also jetzt auch nach gesagt artikel ist von 2005 da hat sich aber technisch nicht groß was daran verändert wir gehen mal eben kurz oben auf den den bereich ein also hier auch wieder die beiden subwoofer die vorderen aufgezeichnet und die hinteren beiden so entsprechend jetzt natürlich noch hier wenn man noch mit das ganze mit satelliten lautsprechern und so hat dann eben noch wie es angesteuert wird über verstärker das bassmanagement wie das about laufen soll das hängt jetzt natürlich ein bisschen davon ab ob man das mit hi-fi also mit mit musik nur macht beziehungsweise ob man die subwoofer ob man die subwoofer im musiksignal optimiert für dieses dba natürlich laufen dann von den satelliten also von dem linken und rechten lautsprecher die bässe die werden natürlich nicht kompensiert was geht jetzt hier dann wirklich nur um die subwoofer die dann mit laufen was aber halt unfassbar viel an präzision schon bringt da sieht man ja hier auch die satelliten laufen über die endstufe noch mal separat das muss man immer so ein bisschen bedenken hier geht es jetzt wirklich um diese vier subwoofer die das ganze erstmal im kern im raum erstmal beseitigen aber kleine satelliten lautsprecher die regen den raum ja auch nicht so stark an mit bässen deswegen geht es hier jetzt wirklich um die um die um die großen ich sag mal hauptanreger und das lässt sich eben durch diese subwoofer so realisieren man könnte da auch zum beispiel zwei frontlautsprecher nehmen das hatte ich im letzten technik kapitel auch erklärt also es könnten vorne auch zwei standboxen stehen wo große subwoofer eingebaut sind auch damit lässt sich theoretisch so ein dba realisieren aber wie hier auch eben schon wichtig noch mal geschrieben ist die vordere und hintere subwoofer anordnung muss für beste ergebnisse exakt gleich sein das heißt der raum muss an sich auch schon mal rechteckig sein damit das perfekt funktioniert und das sieht man jetzt unten auf dem foto aufbau des double bass race im nubert akustik labor also ihr könnt das sehen vorne sind zwei aw 1000 zwei große dicke subwoofer und das ist auch die stehen halt direkt an der wand und es ist auch egal ob die membran von diesem subwoofern jetzt zum beispiel nach links steht oder vorne in den raum weil sich bass e wie eine kugel also wie eine kugel form ausbreitet das heißt man kann natürlich wenn man das mit vier gleichen subwoofer macht kann man halt unfassbar viel platz sparen und deshalb perfekt umsetzen weil sie direkt an die wand müssen also wenn es perfekt funktionieren soll müssen die subwoofer hinten an die wand und dann kann man sie halt auch quer stellen gerade wenn man tiefe subwoofer hat und dann funktioniert das halt auch gut und das sieht man hier die stehen also quer und davor stehen eben zwei kompakte satelliten lautsprecher auf ständern und in diesem beispiel ist es auch so da werden hier wird auch reine musik jetzt abgespielt und ja wie gesagt oben ist es halt noch mal beschrieben wenn ihr also eine möglichkeit habt stereo so laufen zu lassen dass ihr die bässe separat über ein subout über ein bassmanagement ausgeben könnt dann könnt ihr euch natürlich ein super geniales ich sag mal stereo setup aufbauen wo ihr wirklich ein furztrockenen bass habt das lässt sich natürlich auch mit dem lfe signal beim bei filmen zum beispiel machen nur da muss man halt eben gucken weil man da natürlich noch extreme tiefton anteile aus frontlautsprechern hat die kann man natürlich da nicht in das dba mit einbinden sondern dann geht es wirklich nur den reinen lfe kanal wenn der dann über ein subout über preout läuft also ich hoffe das ist jetzt teilweise nicht so technisch aber ihr versteht denke ich was ich meine genau und auf der hinteren wand seht ihr eben die hinteren subwoofer die stehen auch direkt an der wand auch wieder quer deshalb das ziemlich coole und vorne im ziel würde jetzt die welle loslaufen würde hinten ankommen die subwoofer sind invertiert verpolt und die membranen laufen gegen gegen fasig und dann saugt sich eben diese ja man kann sagen die welle wird im prinzip eingesaucht neutralisiert dann ist sie weg ich werde unter diesem video auch noch also ich werde einmal den link zu diesem artikel noch mal verlinken und ich werde auch noch mal ein video verlinken und zwar gab es vor einigen jahren mal mit günther nubert ein 2005 war sogar oder sechs da gab es mal ein ein video töne und wie man sie macht da wurde günther nubert interviewt und in diesem video dort ist genau dieser raum wo günther nubert dieses dba betreibt und da wird musik abgespielt ich weiß jetzt nicht ganz genau trommeln oder irgendwelche besser halt und das hört man sogar im video hört man das wie unfassbar präzise furztrocken diese beste durch diesen raum dort knallen also wirklich knallen und ich kenne aus dem forum ja auch einige leute also die das damals auch gehört haben und die haben bis heute eigentlich nichts besseres gehört als diese perfekten abgrundtief trockenen also tiefen oder abgrundtief sagen wir mal perfekt trockenen besser also die das damals gehört hatten in diesem raum oder danach auch noch mal ein dba in so einer perfektion aufgebaut gehört haben die haben eigentlich seitdem keine besseren besser mehr hören dürfen und ja genau es ist natürlich entsprechender aufwand das ganze was heißt aufwand also man muss natürlich den hörraum dafür haben man braucht vier subwoofer man braucht natürlich digital delay um dann eben das hatte ich oben noch vergessen man braucht natürlich digital delay um natürlich dann hier die 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 phase zu drehen und auch die verzögerung von entsprechenden millisekunden in das signal einfließen zu lassen da kann man natürlich auch ja digitalgeräte aus dem pa bereich nehmen die man dann dazwischen schaltet also das ist relativ simpel gemacht das muss keine also da braucht man keine große technik man braucht nur wie gesagt vier subwoofer das digital delay in irgendeiner form es kann auch günstiges sei es muss halt nur funktionieren und diese beiden dinge machen können und das invertieren passiert ja eh durchs durchs verpolen indem man die indem man einfach hinten die die an den subwoofern links und rechts vertauscht dann lässt sich sie auch invertieren also je nachdem genau ja das ist so jetzt mal ganz grob der der ganze aufbau von dem von dem ganzen thema man kann im new bed forum nochmal gucken hin und wieder sind mal ein paar artikel in den letzten jahren aufgetaucht wo leute sowas aufgebaut haben jetzt kann man das natürlich auf die spitze treiben und könnte auch noch dba quer aufbauen aber natürlich acht subwoofer und so kann man das ganze natürlich an die an die spitze treiben theoretisch könnte man auch eins auf dem boden und an die decke noch machen und das halt auch noch machen da bräuchte man im prinzip ja 48 12 subwoofer und dann wären eigentlich alle wellen die durch diesen raum laufen könnten würden dann gleichzeitig ja weg sein also dann hätte dieser raum überhaupt keine reflektionen mehr von tiefen bass signalen aber wie gesagt wenn jemand die möglichkeit hat nur die längs moden schon auszugleichen durch ein dba in so einer perfektion mit einem perfekten raum dann ist das eigentlich schon ja wie gesagt ansonsten mit mit allen sämtlichen passiven techniken nicht erreichbar und es gibt wie gesagt so kein ja keine andere methode das irgendwie besser hinzubekommen genau das war das kapitel ich wünsche euch viel spaß beim anschauen durchlesen und ja vielleicht wird der ein oder andere amazon dba aufbauen